...gezogen von der Zuchtgemeinschaft Albers und Kenkel aus Goldenstedt und im Besitz von Linus Richter aus Wadenburg, die wir sonst nochmals als Vorführer kannten und jetzt auch mal als Hengstbesitzer. So kommt man die Karriere weiter ganz schnell hoch, wenn man bei Kolbe Weiß arbeitet. Crown Notting Hill, der Vater dieses 1.46 großen Hengstes, ein kompakter, kräftiger Hengst, der sich besonders, wenn man ihn am Anfang auf dem Pflaster sah, eher etwas unscheinbar, aber als er sich dann in Bewegung setzt, sieht man, wie viel Kraft er doch mitbringt, wie viel Energie in der Trepparbeit. Das konnten Sie eben auch sehen, als er hier noch einmal in die Bahn kam. Im Freispringen war er heute so etwas hektisch, hat die Übersicht verloren, aber was besonders schön war, war auch ein Valop, viel Balance hatte der Hengst und vor allem fühlt er sich im Trabe sehr sicher. Dieses Pferd kommt auf die Hinterhand mit sehr viel Energie, Kraft, die durch den ganzen Körper geht, dabei immer locker und geschmeidig bleibt. Hervor zu geben ist ebenfalls auch noch der absolut korrekte Bewegungsablauf. Auch dieser Hengst ist gekürt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.